Ich bin absoluter Bühnenmensch und ich mache auch nur CDs, damit ich auf der Bühne stehen kann danach. Also für mich ist das definitiv ein Mittel zum Zweck und nicht, was meine Leidenschaft ist. Meine Leidenschaft ist definitiv auf der Bühne, das war auch schon immer so. Und das ist auch für mich meine Berufsbezeichnung. Das ist für mich ein sehr, sehr magischer Ort und einer der wenigen Orte, der es mir ermöglicht, absolut im Jetzt zu sein. Und es ist halt auch dieses Austauschen und Vereinen von Energien. Einerseits, dass man was reingibt vom Publikum, wie da was zurückkommt. Und dieses Spiel zwischen Publikum und mir und dann aber auch mit meiner Band, der Austausch. Also das ist halt für mich total magisch. Nee, aber ansonsten, ich bin Musiker und ich bin Sänger und ich liebe es auf der Bühne zu stehen. Und wenn ich andere Sachen mache, dann wirklich auch Spaß, weil ich die Gelegenheit dazu hatte.